so da fangen wir direkt mal ein kampfgeschehen an ab hier geht's los wollen wir mal gucken was hier sache ist ich sag's euch das ist montagabend und ich weiß nicht vormittags lief es gut aber jetzt gerade irgendwie katastrophe 1157 für den waffenträger Bouncer ohne Ende ist ja nicht so dass ich da hinten ein paar Panzer stehen habe die helfen könnten rein theoretisch E3 ist gekettet ich muss die chance nutzen um den herumzufahren weil sonst bin ich geliefert mit he hinten im motor 1250 circa ich selber habe nur noch 24 hp jetzt ist auch noch mein geschütz kaputt 12 hp nur noch jetzt fahre ich mal zurück base treffen weil mit so wenig hp und kaputte kanone brauche ich nicht da rum switchen jetzt kommt meine kaputte kanone zum einsatz kritischer treffer jetzt kommt meine kaputte kanone zum einsatz wir haben sie bös erwischt sind Alle sind tot. Der verschießt Spiel ist rum bleibt dran und zieht euch mal die stats rein wird wichtig Ja hier die gefechtsergebnisse 638 erfahrung Schläger Wirkungsfeuer jetzt kommt das krasseste was also jetzt im vergleich zu meinem team 6510 schaden abgewehrt mit panzerung 4252 ausgeteilt und jetzt guck mal unser team Waffenträger 0, RAM 0, Foch 0, Batchett kaum irgendwas und der Rest naja auch nicht unbedingt nur und ich habe von beiden teams am meisten schaden und ihr habt ja gesehen ich habe am Ende mit einer kaputten kanone noch rum geballert so sehen die stats aus alles klar würde mich freuen wenn ihr hier meinen kanal abonniert und auch meinen sportkanal die links sind unten in der beschreibung oder oben in der infobox wir sehen uns bis dann tschau